herz und herzlich willkommen zu einer weiteren folge battlefront zusammen mit markus markus und partnerinweit weil wir zwei schon in der kombi viel geiler das stil die hier und starten einmal hier nach oben so was nehmen wir denn jetzt rebellen ja wieder halten und drei links locken und so weißt ja wir haben ja letzte folge gezeigt wie das geht ja ja alter wie einfach keiner von euch den den geschützt umgenommen hat seine behindert keine ahnung hab ich dann gedacht lasst doch so jetzt muss ich mich erst mal wieder an die changern gewöhnen ich bin wieder am arsch der welt leck mich deswegen wollen wir partner sein weil dann spawnt man nämlich immer beieinander wo multi kill wo fünf kills mit einer granate ok ok ich bin dabei immer wieder gerne habe ich nichts dagegen ich habe einfach mit einer 7 zu 1 jetzt gestartet wurde fack ist das kann mit der macht hergezogen worden oh ja ich gehe wieder ins flugzeug ich gehe zum flugzeug autoboxx wegen starten aber ich bin jetzt auch gar nicht mehr so geil ich bin am geistens in detail weiter naja unglaublich scheiß mach du arschler all die 8080s die großen bahn rübel ist hart die können mich auch nicht ganz laut na wobei da sind wir auch nicht ah alter das ballen so hart alter schon wieder ich hab mich hier zum dritten mal hintereinander gefühlt ich gehe nicht zu ihm hin ich spawne immer direkt neben ihm aber ich hab ihn so gut wie down gemacht eigentlich müssten wir zu viert sein weil dann hätte FUTU auch nicht mehr das Spawne Problem ja weil das ist echt ass hier dieses Spawne Problem dass man ohne Partner immer am Arsch der Welt spawnt gab einen Partner echt was das ist jetzt nix mehr Frostsaber Sorrow irgendwas hat dich getötet keine Ahnung Stand rechts ich hab mir auch gedacht was ist das Killed bei nichts ja ich weiß auch nicht was dich da getötet hätte ich hab's auch nicht gecheckt auch geil next war aber uns läuft grad schon wieder Luke ist auch schon da und ich hab wieder ein Flugzeug aus dem Himmel geholt und ich hab noch 100% ey wenn ich das halten kann bis wir gegen die Flugzeuge gehen ne das ist ja echt geil das ist aber zwei RTSC rechts ja ich hab den RTSC fast gekillt ich hab grad einen YOLO Anflug gemacht ich bin noch fast dabei gestorben aber ich hab ihn fast gekillt Proximity Bomb Proximity Bomb Proximity Bomb ist Bouncing Betty quasi ich hab einen Drive weiter an mir dran hängen das ist richtig uncool alter Junge oh die sind zusammengeknallt beide explodiert ok wir haben schon 5 Y-Wing Locks das ist echt gut was hier machen bin zufrieden oh weg hier die hab ich entdeckt ohhhh yes und den noch mal aus der Luft geholt Makaus du stehst schon wieder in der Marschowelle irgendwie eh ne ich leck' gerade weil du bist halt ja du stehst irgendwann im Spawn Room morgen jetzt auch da ist schon wieder neuer X-Wing den hol' ich mir gleich wieder oh Shield ich glaube 5 Stück haben wir schon wieder bei dem R-Hangriff was ist denn das Alter ich bin richtig gut mit dir ich bin hier richtig gut mit dem Flugzeug irgendwie muss ich sagen ich hab jetzt schon wieder ein Flugzeug und dann guck mal ob ich das mal wieder so lange mitmach und so viele Gegner weghole und wenn ja dann wär das richtig geil aber ich hab schon wieder ein gegnerisches Flugzeug grad fast gewonnen hittet oh es ist sogar down und der hat mir null Schaden gemacht vor der Locking Sequence offline reaktivate die Uplink so da kommt wieder einer natürlich we've activated the Uplink Station well done so der nächste Gegner down wow oh die ATS-ATS-ATS-ATS-ATS-ATS-ATS-ATS-ATS-ATS-ATS-ATS-ATS das hat nämlich halt wieder null gegnerische Flugzeuge in der Luft ich hab schon wieder alle getötet auch jetzt grad startet eins da kümmere ich mich mal lieber Estron oh ich hab wieder einen getötet so wo sind die ich hab einen der Typ schreibt mich jetzt an nice spawn camp weil ich ihn getötet hat wie er grad losgeflogen ist es ist assi aber es ist Star Wars tut mir leid da wäre das wieder im Spiel der Verkaffter Vader schießt jetzt bitte auf die Läufer ja ich mach äh war in einem MG drin was soll ich nicht machen trotzdem drauf schießen ich schieß auch auf den Rechten total obwohl ich aus der Luft mega 69 hatte hier oben jetzt hat er mich weggeholt der Zombie irgendwas Salute man hier wo es sich voll beschwert hat dass ich ihn so spawn camp oh ne oh ne jetzt können wir sie nicht mehr angreifen äh und wie viel haben wir geschafft na der eine ist richtig gut der andere ist okay also wir können es schaffen na ja weil die anderen genauso viel jetzt schaffen wir müssen genauso viel halt schaffen da ist wieder ein Flugzeug es ist einfach despawn das Flugzeug was ist da los orbital airstrike orbital airstrike ohhh schön in die Granaten reingerannt so Markus erreicht da oben was hm ich muss nur wissen wo die sind ich bin ovt ja wir müssen ja das Flugzeug also also am linken am linken brauchen wir auf jeden Fall Luftunterstützung wot wie kann ich dir schon mal sagen ja am linken Alte was bei mich hat weg er hat was habe ich was habe ich was habe ich habe ich war guter im Flugzeug ich habe Angst er kriegt es nicht einfach wieder gegen die Wand macht ja danke Markus das war sehr gut ich habe es geschafft das zu aktivieren du bist auch irgendwo gegen die Erde geflogen ja das schätzt du so schlecht ein ich dachte ich bin noch nicht das passt Anything ho okay ist hast das 素 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nice. Vielen Dank. Vielen Dank. Nice. 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 angreifen wenn sie uns das machen das macht keinen Sinn im Film kannst du die Dinger immer die Beine wegziehen im Film kannst du den Dinger immer die Beine wegziehen ja eben das geht ja im Film wenn sie elektrisiert sind nein im Film geht es ja eben auch immer du kannst da eben nicht ja eben das habe ich aber gemeint dass es da auch immer geht weil es ist nämlich verdammt schwer das hinzukriegen weil die Dinger halten gar nichts aus darum habe ich es immer probiert und mir gewundert warum ich so doof bin es hinzukriegen ja Leute wir sehen uns das nächste mal bis dahin servus und ciao